Hallo, schönen guten Tag, Polizei. Eine Verkehrskontrolle, hier im Führerschein, Fahrzeugschein gesehen, bitte. Portemonnaie nicht dabei, weil ein anderes Auto, das ist halt nicht mein Alltagsauto. Das habe ich fast gedacht, dass das nicht ein Alltagsauto ist. Ja, ich fahre den ganz selten, ich fahre den einmal im Monat. Okay, auf Sie zugelassenes Auto? Ja, auf mich Fahrzeugschein habe ich dabei. Klaus Preiss und Daniel Wenske gehören zur Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser, kurz AG Trupp. Die Polizisten aus Offenbacher Main überprüfen gezielt getunte Fahrzeuge. Sie fahren mit dem Auto nur, wenn es schön Wetter ist, oder? Ja, nee. Einmal bin ich letztens bei Regen gefahren, aber weil ich musste, sonst war ich nur bei Schönwetter. Aber haben Sie dann noch was gesehen, bei der Fahrt? Wie meinen Sie? Das sind die Scheinbücher. In der Garage. Hat einer geklaut oder das? Nee. Ist mir gleich aufgefallen, dass die Scheinbücher fährt. Ich wohne zwei Minuten von mir, weil ich wohne in... Das ist jetzt so, bei schönen Wetterautos brauchen wir keine Scheinbücher mehr, weil wir fährt ja nur jetzt gutes Wetter. Scheibenbücher an der Windschutzscheibe sind laut Straßenverkehrsordnung Pflicht. Gut, was haben Sie noch eingetragen? Welche von der Karte oder von der... Wir sind vor der, von der? Jetzt kommen Sie kurz raus, oder? AG Trupp, oder? AG Trupp. Ich wurde letztes Jahr, ich hatte noch einen Hyundai I3N und da wurde ich in Frankfurt stillgelegt, von der Karte. Von der Karte? Ja. Gut, dann gucken wir mal, ob ihr das gleiche Schicksal mit uns jetzt erhalten, mit dem Evo. Felgen? Ich gucke, die Felgen suche ich noch, ja. Die werden nicht fliegen. Warum? Nächste Woche Freitag durchdrehen. Ah, okay. Ich wollte halt gerade mal gucken, ob alles passt. Das sehen wir aber nächste Woche Freitag, habe ich durchdrehen. Steigen Sie mal kurz aus und machen Sie die Worte. Da habe ich aus. Gut, ich gehe mal so lange rausgefunden, was ich da so erkenne. Daniel Wenske ist seit 22 Jahren bei der Polizei und gelernter Kfz-Mechaniker. Klaus Preiss hat sogar schon knapp 32 Dienstjahre auf dem Buckel. Das ist alles saubergenau. Der Kollege hat gesagt, ab Karte ist die Auspuffanlage nicht marginal. Was haben Sie für ein Fahrwerk drinnen? Öhlins, Road & Tricks. Okay, ist das eingetragen? Das ist eingetragen. Ist eingetragen? Wie gesagt, ich habe nächste Woche Freitag einen TÜV-Termin wegen den Felgen. Und ich wollte halt einfach gucken, ob alles passt. Ja, aber gucken, ob alles passt im öffentlichen Straßenverkehr, ist halt immer ein bisschen schlecht. Deswegen, aber ich wohne zwei Minuten von hier. Das ist wahrscheinlich keine Begründung, aber wie gesagt, ich fahre jetzt nicht 10 Kilometer. Haben Sie denn die Teile gut, hat man da sowas dabei für die? Hat ich nicht dabei, ist alles zu Hause. Wie gesagt, ich habe nicht mal das Portemonnaie dabei, ich wollte einfach nur kurz gucken, ob alles soweit passt. Warum, das wissen Sie ja, Sie kennen sich ja aus, wenn man so ein Auto fährt, kennt man sich ja aus. Warum ist die Abgasanlage so eingetragen und nicht mit den Nummern, die draufsteht? Wie meinen Sie das? Da sind die Nummern drauf. Ja. Da sind die Typen-Schilder drauf, der Abgasanlage. Und warum ist dann eingetragen, Vorschaltdämpfer, Abmaße und dann die Maße vom Vorschaltdämpfer und vom Endstalldämpfer die Abmaße drauf. Aber warum sind die Nummern da drin? Das Auto habe ich so gekauft mit dem, alles was da drin steht, ich habe den letztes Jahr im September gekauft und der war so, habe ich die, habe ich den bekommen. Da muss ich das, es ist halt, es hat Nummern drauf. Ja, ja. Ich zeige nicht. Ja, die sind ohne, mit oder was? Ohne, ich sehe keine Nummer, nichts. Wer an seinem Fahrzeug Veränderungen vornimmt, braucht dafür eine gültige Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten. Also die Abgasanlage finde ich ein bisschen merkwürdig, weil... Ja, aber wenn Sie wollen, wir können das gerne messen, das ist nicht so laut. Was soll er denn haben? 84 bei 3,57. Riegel, der ab bei 3,57 oder geht der durch? Wie meinen Sie? Drehzahl. Können Sie bis 4000 im Stamm drehen oder geht der von Ihnen ausprobiert? Wissen Sie, dass er nicht so laut ist? Nee, weil ich strahle es ja, wenn ich das Auto anmache und so, wenn ich den irgendwie... Okay, gut. Ja, müssen wir dann mal gleich. Ja, fahren wir nicht hier, fahren wir mal in die Ecke rum. Die Motorhaube könnte ich schon mal wieder zumachen. Ja, also ich glaube nicht, dass der Auto laut ist. Sie glauben es? Also ich habe es halt nie gemessen, deswegen kann ich jetzt... Ich sage halt immer, glauben tut man in der Kirche und nicht auf der Straße, ne? Klaus Preiss und Daniel Wenske fahren mit dem jungen Mann in die nächstgelegene Polizeiwerkstatt, um die Lautstärke des Wagens zu überprüfen. Schönes Auto, wirklich. Also muss ich echt sagen, boah, also, gefällt mir echt gut. Aber der Auspuff ist echt interessant. Ja. Also gucken wir jetzt einfach mal. Wir haben gleich die Messungen hier vorne, oder? Fahren Sie gerade mal hinterher, wenn wir die Messungen hier haben, wir haben ja Platz. Hier ist für uns ganz entscheidend der Punkt mit Emissionswerten, also sprich, wenn die Abgasanlage zu laut ist, weil das einfach der Hauptstörfaktor für die normale Bevölkerung ist. Der Kollege wird es Ihnen dann auch erklären, ne? Sie gehen dann auf drei. Ich habe das schon mal gemacht. Das haben Sie schon mal gemacht. Also 3.750 Umdrehungen, ganz schlagartig weg vom Gas. Wie wichtig ist der Fahrzeugschein? 3.750, okay, ja. 3.750, okay, ja. 3.750, ne? Und 84 darf er dann haben. Schauen wir mal, wo er landet. Die beiden messen die Lautstärke mit einem sogenannten Schallpegel-Messgerät. Dann nehmen Sie gerade den Platz. Ich muss jetzt noch mal, ne? Nein. Du darfst. Okay, dann fahren wir mal an. Los geht's. 3.750. Genau. 3.750, die 50 können Sie schenken. Und loslassen. 2.90,9. Was haben wir da? 84. Und noch mal eine. Und loslassen. Im Abgang ist er. 92. Im Abgang wie ein guter Wein. Wenn der mit dem Gas spielt, was da los ist. Ja, ja, brutal. Nach Abzug der Toleranz ist der Auspuff immer noch 6 Dezibel zu laut. Dem Halter droht eine Strafe von 60 Euro. Als nächstes sind die Felgen an der Reihe. Okay, ein hoch. Die Felgen, da haben Sie halt nicht selber in den Bock geschossen, weil das hätten Sie halt so nicht heute machen dürfen. Dann gucken wir mal. Daniel Wenske überprüft die Kennnummer der Felgen. Die muss im Fahrzeugschein eingetragen sein. Das sind die Felgen, die so nicht eingetragen sind. Für die, der sagt, er hat Teilegutachten für die Fahrzeuge oder für die Felgen. Aber, und jetzt kommt das kleine Aber, dann bräuchte man auch irgendwo erkennt sein und das darauf schließen lässt, dass die irgendwann einmal in Deutschland eine Zulassung erhalten haben. Also KBA-Nummer. Und die finden wir nicht. Das ist der kleine Trauer? Ja. Also diese Reifen sind für Deutschland. Okay. Also ist mir jetzt nicht bewusst. Das sind vermutlich, sind das japanische Felgen? Das sind made in Japan. Made in Japan, ne? Ja, in allen anderen Ländern ist es ja okay, aber halt in Deutschland. Nein, in allen anderen Ländern nicht. In Japan sind es ja okay. Nein, es sind alle anderen Länder, außer Deutschland und Österreich. Das sind die einzigen Länder, die halt ein wenig Tuning, ja, ein bisschen, sag ich mal, strikter sind. Aber halt nicht ohne Grund, ne? Das hat schon seine Gründe. Freilich, wenn ich der Tuner bin, dann freilich, dann finde ich das auch nicht so prickelnd, wenn dann plötzlich mit der Gesetzgeber sagt, so ziehst du das nicht auf oder so kannst du das nicht montieren, ne? Aber, wie gesagt, das hat nicht, das ist nicht ohne Grund, ne? Ich sag nur, es ist halt für mich verwunderlich, dass das halt nur Deutschland und Österreich... Nein, das ist nicht nur Deutschland und Österreich. Nein, man hat halt als Tuner... Schauen Sie mal, fahren Sie mal mit da, fahren Sie mal nach, in die USA zum Beispiel. In den Speichern. Ihr Land, da, wo Sie sagen, in die USA kann ich alles machen, ne? Da kann ich praktisch mir ein fahrendes Sofa machen. Nein, man hat halt einfach als Tuner in Deutschland, finde ich, das Gefühl, dass man halt einfach wie Staatswelt Nummer eins ist. Das ist Ihr Gefühl. Ja, aber es ist halt leider echt so. Ich finde, das hat teilweise, das hat einfach zu große Ausmaße genommen. Es kommt immer von der anderen Seite, dass wir nicht so cool sind. Aber warum sind wir denn nicht cool? Warum sind wir nicht cool? Weil wir euch nämlich die Fehler aufzeigen, in Anführungszeichen. Und das ist natürlich nicht cool, wenn mein Fehler aufgezeigt wird. Ja, aber ich finde, das zeigt einfach so die deutsche Kultur meiner Meinung nach wieder. Ja, was ist noch die deutsche Kultur? Ja, einfach komplett alles reglementieren. Ja, klären Sie mir, was ist die deutsche Kultur? Ja, halt einfach, egal wo es geht, halt alles überall reglementieren, überall, das darf man nicht, das darf man, wo ist halt der Spaß noch irgendwo. Sie erlöschen, Betriebserlaubnis müssen wir Ihnen schreiben. Definitiv. Machen Sie, was Sie machen. Ja.